Schneller, einfach, machen. So lautet das Motto zum Förderaufruf des vom Bündnisministerium für Digitales und Verkehr und vom Deutschen Institut für Urbanistik organisierten Förderprojekts at Scheller Rad. Magdeburg ist dabei und bekommt nun die Chance, radverkehrsfördernde Projekte schneller und effizienter umzusetzen. Ziel ist es, in ausgewählten Testkommunen die kommunale Radverkehrsplanung und die Umsetzung von Radprojekten zu beschleunigen. Deutschlandweit wurden insgesamt drei Testkommunen unter 23 Bewerbern in den Kategorien Großstadt, Mittelstadt und Kleinstadt für das Projekt ausgeweht. Die Landeshauptstadt konnte unter den insgesamt sieben Bewerbungen von Großstädten am besten überzeugen. In dem ab August beginnenden und über neun Monate laufenden Förderprojekt bietet sich für die Stadtverwaltung die Gelegenheit, die Radverkehrsplanung und deren Projektmanagement effizienter und schneller zu gestalten, die Zusammenarbeit in der Kommune zu verbessern und die Kommunikations- und Abstimmungskultur der Verwaltung weiterzuentwickeln und somit Ressourcen optimal einzusetzen. Der Name des Förderprojekts Accelerat greift das englische Wort Accelerate beschleunigen auf. Für die bei den MVB Bauarbeiten am Magdeburger Ring gefundenen Reste der ehemaligen Festungsanlage unter der Fahrbahn hat die Stadtverwaltung das weitere Vorgehen zur Sicherung endgültig festgelegt. In den kommenden zwei Monaten wird der Bereich mit einem speziellen Baustock verfüllt, der den Erhalt der historischen Mauern ermöglicht. Nach dem Fund im November des vergangenen Jahres war zunächst geplant, die Mauerreste von früheren Raffelin III mit einer Stahlbetonplatte auf Bohrfähn zu sichern. Diese Variante hätte zunächst rund 500.000 Euro gekostet und später regelmäßige Folgekosten für Bauwerksprüfung verursacht. Eine Begehbarkeit für die breite Öffentlichkeit wäre aber auch damit nicht möglich gewesen, weil das historische Mauerwerk direkt unter dem Magdeburger Ring liegt und nicht über die entsprechende Infrastruktur für einen dauerhaften öffentlichen Zugang verfügt. Aufgrund der Haushaltslage ist nur die kostengünstige Verfüllung möglich. Der konkrete Termin zur Verfüllung steht noch nicht fest. Davor sind noch die Bergung von Fundsachen und die Oberflächendokumentation innerhalb der Festungsmauern erforderlich. Das Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie hat bereits einen Laserscan vornehmen lassen und die Anlage damit dokumentiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der kommenden Woche müssen 24 der insgesamt 78 Pyramidenpappeln der südlichen Pappelallee zwischen Seehäuser Straße und Flechtlinger Straße gefällt werden. Die Arbeiten sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit dringend notwendig. Ursache des schlechten Zustandes der Bäume ist die Trockenheit der vergangenen Jahre. Eine Neubepflanzung ist aus Gründen des Denkmalschutzes im historischen Ensemble, der beim Siedlung vorgesehen. Der Zustand weiterer zwölf Pappeln soll durch Kroneneinkürzungen verbessert werden. Die Kronen der restlichen Pappeln werden zudem gepflegt. Hierbei sollen Totholz sowie Stamm- und Stockaustriebe entfernt werden.